eine sache ist ganz klar heute wird wieder heiß hergehen und zwar unten in den kommentaren das heutige video dreht sich nämlich um laptops und da wenn wir auf die ein oder andere besonderheit eingehen wenn es um das thema windows versus mac geht oder nvidia versus amd ich wette drauf dass es jetzt schon in den kommentaren losgeht egal ihr habt euch ein video zu dem thema gewünscht und deswegen gibt es heute auf meinem kanal servus patrick hier auf dem pixel und spätzle kanal hier geht es um videografie fotografie drohnen rechner und so weiter alles was sich um dieses ganze thema dreht wenn du in zukunft noch mehr videos sehen willst dann vergiss nicht jetzt zu abonnieren meinen kanal und vielleicht auch die glocke anzumachen dann bekommst du eine benachrichtigung wenn ich das nächste video hochlade und du würdest mir einen riesen gefallen tun wenn du einen daumen nach oben gibst dem video das hilft mir einfach weiter meinen kanal aufzubauen so dass mehr leute meine videos sehen und so kann ich dann im endeffekt wieder mehr videos für euch machen gut thema heute videoschnitt rechner videoschnitt laptop das thema hat sich jetzt wirklich super gut gerade angeboten weil auf der einen seite habt ihr mich immer wieder gefragt hey wie schaut es denn aus videoschnitt rechner die hardware die du letztes jahr verbaut hast kann man die noch empfehlen oder wird sowas anderes nutzen und ganz viele interessieren sich eben im speziellen auch für laptops weil ich habe es gemerkt die dinger sind einfach so praktisch dann kann plötzlich eine nachricht von nvidia die gesagt haben wir haben gesehen was du auf deinem kanal so machst hättest du vielleicht bock dass wir irgendwie mal eine kooperation machen und ich habe mir noch so gedacht nvidia alter nein nvidia ich bin das sowieso voll der fan aber dazu muss ich vielleicht noch eine kleine geschichte erzählen wer meinem kanal vielleicht ein bisschen aufmerksam erfolgt der weiß auch dass ich vor ein paar monaten von amd grafikkarten zu nvidia gewechselt habe das hängt ganz einfach damit zusammen dass schon wieder eine der amd grafikkarten die ich gehabt habe kaputt gegangen ist und das innerhalb von neun monaten die andere die ist ganz kurz nach zwei jahren kaputt gegangen auf jeden fall habe ich mir gedacht okay probieren wir doch mal die andere seite aus und ich persönlich war auch immer so der meinung hey nvidia kostet einen haufen mehr wofür auch wofür soll ich das bezahlen ich bekomme doch die amd karten viel günstiger tatsächlich hatte ich aber mit den amd karten immer wieder probleme was videoschnitt angeht und als ich dann zu nvidia rüber gewechselt bin und die rtx 20 70 super in meinen rechner verbaut habe haben sich plötzlich so viele probleme gelöst keine fehler mehr beim rendern von videos die ganze timeline des scrubbing und so ist viel flüssiger geworden auf meinem rechner also es hat sich wirklich gut angefühlt und deswegen habe ich mir gedacht okay man zahlt zwar gefühlt bei nvidia immer so ein bisschen aufpreis aber mir ist das jetzt auf jeden fall wert mir ist es wichtig dass mein system gut funktioniert dass der rechner performant ist und genau das macht was ich will ich habe jetzt diesen laptop hier den zeige ich euch natürlich ein bisschen aber es soll jetzt nicht im speziellen um den gehen den habe ich jetzt von nvidia zugeschickt bekommen über notebooks billiger de werde ich euch auch mal unten verlinken da bin ich sowieso auch überzeugt von notebooks billiger de ich habe privat einfach schon oft da gekauft nie probleme gehabt kundenservice war auch immer ganz cool also sehr gute kombination aus meiner sicht ok wo war ich kurzer anruf dreht sich ein bisschen um drohnen geschichten führerschein recht das heißt da kommt vielleicht bald mal was für euch aber jetzt wieder zu dem thema rechner was hat der jetzt das ist ein acer laptop nennt sich konzept d und das ist eben ein laptop mit i7 der neunten generation er hat ein 4k display wir haben eine nvidia rtx 20 80 da drin wir haben 32 gigabyte arbeitsspeicher und 1 terabyte ssd ok also richtig viel power in dem ding was das ganze jetzt aber besonders macht das ist nicht dieser rechner im speziellen sondern die plattform auf der der rechner aufgebaut ist nvidia hat sich da was wirklich super gutes für all uns content creator und video schneider und kreative köpfe halt ausgedacht dieser rechner ist teil von der sogenannten nvidia geforce rtx studio reihe das heißt es gibt eine ganze bandbreite von rechnern und laptops die darauf basieren und es ist einfach so eine art gütesiegel kann man sagen dass uns dann garantiert wenn wir jetzt im bereich videoschnitt fotobearbeitung 3d animation oder konstruktion uns bewegen dass wir mit dem rechner eine gute und solide plattform haben dass wir da einfach keine probleme erwarten weil das war doch bisher immer das richtig große problem bei den windows pcs konnte man ja aus unendlich vielen herstellern und unterschiedlichen produktlinien wählen und man wusste eigentlich nie so richtig ist es jetzt wirklich das was so passt reicht das ganze für den videoschnitt zumindest bei den laptops war so wenn man sich ein rechner selber gebaut hat so wie ich mein großes monster in der in meinem büro dann konnte man sich das ein bisschen zusammenstellen aber es war auch da immer nicht ganz klar passt es wirklich perfekt da ist jetzt nvidia quasi rein gegrätscht und hat diese studio plattform aufgesetzt das bedeutet natürlich dass alle diese studio rechner immer mit nvidia grafikkarten ausgestattet sind aber das entscheidende für uns ist dass hier wirklich der nvidia sticker rtx studio sticker nur drauf kommt wenn das produkt von nvidia getestet wurde und eben für diese anwendungen für gut befunden wurde es läuft dann tatsächlich so dass der hersteller in dem fall acer setzten produkt auf wo er eben denkt okay das passt so in die richtung und dann geht es zu nvidia zum ausführlichen testen da werden benchmarks absolviert und so weiter erst wenn nvidia dann quasi sagt okay das passt das ist für uns in ordnung das könnt ihr als creator rechner also unter der studio rtx studio linie verkaufen dann bekommt er den sticker und damit ist uns jetzt so extrem viel arbeit bei dem suchen abgenommen weil wenn ich jetzt nen rechner such für videoschnitt und sehe dass der den sticker hat dann weiß ich dass das ganze auch funktioniert ich möchte jetzt in dem video wirklich nicht in die technischen tiefen eindringen aber wie gesagt das ist einfach wirklich eine sagenhafte bereicherung für uns dies einfach einfacher macht wenn wir rechner kaufen wollen zumindest auf der windows basis um ganz ehrlich zu sein wenn man sich heutzutage auf youtube umschaut dann hat man ja das gefühl dass so ein macbook pro das ist die wahl der content creator der videoschnitt leute der foto bearbeiter ich denke aber dass gerade jetzt mit windows 10 haben wir auf jeden fall ein gutes betriebssystem und jetzt haben wir eine hardware plattform wo jemand drüber guckt ob die passt wenn ihr also mein video wollt wirklich zu den technischen tiefen warum dieses rtx studio jetzt so cool ist beziehungsweise die grafikkarten von nvidia was die so besonders macht dann können wir das auch mal machen ich möchte euch jetzt einfach mal so einen groben überblick geben und halt meine ersten erfahrungen mit dem laptop mal veranschaulichen ich habe den jetzt seit zwei wochen ungefähr im einsatz habe schon das ein oder andere video damit geschnitten auf davinci resolve was auch sehr stark optimiert ist auf nvidia grafikkarten als auch in filmora hat beides wunderbar funktioniert und ich würde sogar so weit gehen zu sagen dass der hier sogar noch ein bisschen flüssiger in der timeline ist als mein großer rechner preis ist natürlich so eine geschichte diese sticker sind nicht günstig die hersteller beziehungsweise nvidia lässt sich schon auch gut bezahlen aber ich finde preis leistung verglichen mit einem mac ist einfach trotzdem noch viel besser noch ein bisschen weiter zum ersten eindruck in davinci resolve läuft alles super schnell und easy es gibt natürlich auch viele sachen die in resolve speziell für nvidia grafikkarten optimiert sind beziehungsweise auf der anderen seite diese plattform basiert ja auch darauf dass wir den entsprechenden treiber dafür haben das heißt auf der anderen seite kommt halt dieser treiber ins spiel der sich halt separat installieren lässt das heißt für die normalen grafikkarten die auf gaming ausgelegt sind oder wenn ich meine grafikkarte fürs gaming nutzen will dann gibt es eben den nvidia game ready driver das ist dann wirklich nur auf leistung für spieler ausgelegt hier haben wir aber den studio treiber und der ist dann eben mehr auf die apps und programme in diesem kreativen umfeld ausgelegt und das merkt man auch in davinci resolve das funktioniert alles so super schnell und easy die ganzen ai funktionen von resolve wie es face refinement objekte entfernen und diese sachen die sind halt speziell für die verwendung von grafikkarten optimiert und da merkt man dann einfach wirklich die power wenn ich den rechner nicht zum schneiden verwende dann macht er sich auch wirklich perfekt als office und büro rechner er hat auf jeden fall eine sehr coole optik was ja für viele leute auch interessant sein kann bei bisher war es ja so du hast den laptop gekauft der für videoschnitt sich eignen könnte typischerweise sind nur die gaming rechner immer mit so high end komponenten ausgestattet jetzt hast du irgendein projekt gehst du deinem kunden und läufst da mit so einem gaming rechner rein sieht vielleicht ein bisschen komisch aus ich finde es auf jeden fall super dass man hier einfach das ganze design ein bisschen cleaner gemacht hat ja hilft auf jeden fall sehr viel weiter um auch ein bisschen mehr professionalität da auszustrahlen es ist auch super leise akku laufzeit ist wirklich gigantisch gerade wenn man jetzt nur emails beantwortet irgendwas abtippt kommentare beantwortet oder so dann kann man da wirklich viele stunden an laufzeit bekommen also auch in der hinsicht muss man sich dann nicht wirklich verstecken das ding ist wirklich gigantisch es kann einfach alles gut ich kann jetzt einfach mehr oder weniger von überall arbeiten und das ist auch genau der grund wieso ich eben dieses video hier macht ihr wisst ihr ich habe einen ziemlich starken leistungsfähigen pc schon bei mir zu hause mit dem ich alles machen kann das heißt dass mir jetzt entweder dieses gerät ausgeliehen hat zum testen das bringt mir erstmal gar nicht so viel aber für mich war jetzt interessant einmal euch zu zeigen okay was habe ich denn jetzt für eine option also genau diese rtx studio badge die jetzt hier drauf ist dass die einem schon mal einen guten anhaltspunkt liefert dass es gerät wirklich für den schnitt geeignet ist und damit verbunden will ich jetzt einfach mal ausprobieren wie weit komme ich nur mit dem gerät zurecht und kann ich damit alle meine sachen von überall erledigen das ist nämlich für mich sehr interessant da werde ich euch natürlich auch noch ein bisschen davon berichten das heißt wenn ihr jetzt ein bisschen mehr dazu noch wissen wollt ein paar kleine einblicke zu dem rechner wie ich den verwende und so weiter dann könnt ihr mir das auf jeden fall gerne mal unten in den kommentaren da lassen wir können uns alles mögliche anschauen ich hoffe dass ich den rechner noch eine gewisse zeit lang behalten darf oder dass nvidia vergisst dass sie mir den geschickt haben dann würde ich auch sagen lassen wir für heute mal dabei gut sein wenn dir das video also was geholfen hat wenn du in zukunft noch mehr solcher videos sehen willst dann würde ich mich freuen wenn du mir einen daumen nach oben da lässt mein kanal abonnierst mach die glocke an dann bekommst du eine benachrichtigung wenn ich das nächste video hochlad dann hoffe ich wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich bin draus für heute ciao